Wer bist denn du? Oh du bist immer groß Moritz Ach war nix ready jetzt Was egal In der oben eh nix Hoppallon Oh scheiße War total gezogen 5 4 3 2 1 Ups Mein Gott Zurück heilst du sonst nach Übergang Hei die Leute Passt Er ist ja fast hässlich geworden Alle sind in der Mitte stehen oder? Die dinge abfangen und sobald wir Sobald die abgefangen sind hat 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 Ja aber warum machen wir es immer noch dass wir den Panzer im Boss ziehen? Das ist auch Schwachsinn Bei der Taktik Na gut ok Sorry Gute Bombe in der Mitte Ja zum Beispiel die ganze Zeit können die Milis fast nix machen Ja das ist ein bisschen kacke Ja du kannst noch mitlaufen Ja Platz 2 Ist egal wechsel es gleich Voll weiter Ja ich muss die ganze Zeit mich bewegen Ja ich mich auch auch CD's Ja und siehst du jetzt wäre ich gestorben Du wärst grad am Ort gestorben Ich hab dich gerettet Fette Hure Fett Hure ja aber nicht fett Pfff Feinspruch Fangt an Ab Ab Was denn alter Opfert euch einfach besser als wenn die durchgehen Kein Problem Pfff Jetzt weiß ich auch warum wir am Feuer sterben Die Abschreckung die streikt heute Nein ich hab sie nicht gezogen diesmal Du Arschgeige War ein Bug War ein Bug Boah Leute Halt Mach doch ihr kommt zu ey Pfff 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 Pfff